Hi, willkommen zu einer neuen Reihe im Data Science Bereich von mir. Heute fangen wir an mit Plotly. Plotly ist eine Bibliothek, mit der man Daten schön darstellen kann. Und ihr denkt jetzt vielleicht, Mensch, die beiden Reihen, die du da vorausgebracht hast, NumPy und Pandas, die sind absolute Voraussetzung hierfür. Und nein, das ist es nicht. Wir haben hier tatsächlich eine Library, die man auch für viele, viele andere Dinge verwenden kann, die relativ einfach und relativ intuitiv benutzbar ist. Deswegen habe ich mich für Plotly als erstes entschieden. Und danach erst machen wir Sachen wie Mudplotlib und Seaborn vielleicht. Aber das überlasse ich, wie gesagt, auch euch. Je nachdem, wie euer Feedback ist, je nachdem, wie viele Leute sich das dann auch vielleicht angucken, werden wir mit Mudplotlib und Seaborn dann weitermachen. Wenn aber gar kein Interesse besteht, dann mache ich das natürlich nicht. Denn Plotly ist eigentlich eine Bibliothek, die relativ umfangreich ist und eigentlich so ziemlich alles abdeckt, was ich zumindest meistens brauche. Ich benutze meistens, wenn ich irgendwie so mal on the fly bin, so kurz mal zwischendrin, benutze ich schon Mudplotlib, weil es einfach schneller geht meistens. Aber mit Plotlib kann man die Sachen halt irgendwie, sagen wir mal, darstellen, so dass sie nicht aussehen, als wären sie von 1900 irgendwann. Falls ihr versteht, was ich meine. Aber ja, wir haben hier ganz kurz nur mehrere Optionen. Und nein, das ist kein Sponsoring, das ist keine Partnerschaft, das ist nicht ein Werbeblock oder sowas. Ich benutze das Ding ganz gerne. Und es gibt selbstverständlich eine kostenlose Variante, die ich auch nur empfehle und auch nur hier zeige. Ich werde euch nicht die Pro-Features aus der kostenpflichtigen Reihe zeigen, zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht gibt es ja tatsächlich ein Sponsoring, I don't know. Falls ihr Plotly-Mitarbeiter seid, schreibt mich an, dann mache ich das gerne. Aber nein, es gibt natürlich eine zum Großteil kostenlose und vor allem auch Open-Source-Library, die man hier verwenden kann. Und zwar kann man mit Dash, das ist ein bisschen verwirrend, das hat nichts mit der Kryptowährung zu tun, dazu kommt wahrscheinlich von mir auch noch ein Kurs, aber hat erstmal nichts damit zu tun, sondern ist wirklich eine Data Science Bibliothek, mit der man Sachen darstellen kann. So, wenn ich hier mal durchgucke, dann seht ihr auch, okay, das ist definitiv keine kleine Library. Und was halt geil ist, man kann halt solche interaktive Sachen auch machen. Seht ihr das hier? Auf der rechten Seite Dash Autonomous Driving Demo. Das ist mit Plotly gemacht. Und ja, solche aufwendigen Sachen sind möglich, werden wir aber wahrscheinlich hier nicht machen, weil es dann auch viel zu krass ist. Aber zumindest grundsätzlich kann man hier wirklich sehr, sehr viel machen. Und es sieht auch ziemlich ansprechend aus teilweise. Und deswegen habe ich mich jetzt hier erstmal für Plotly entschieden und dann kann man auch noch, wie gesagt, später gerne andere Bibliotheken nachreichen. Ihr dürft darüber mitentscheiden. Ihr sagt mir, was ihr braucht. Ihr sagt mir, was ihr guckt und beziehungsweise wie viele Leute das jeweils gucken. Das macht bei mir natürlich mega viel aus, ob ich da weitermache oder ob ich denke, ja gut, okay, dann hat es eh keinen Sinn, wenn nicht so viele Leute das gucken wollen. Also, eure Sachen. So, ich will jetzt aber dieses Video nicht nur mit Gelaber verbringen. Es tut mir sehr leid für diese lange Intro. Aber wir wollen natürlich auch die Vorkenntnisse und so weiter abstecken. Das heißt, ihr braucht nicht alles von NumPy, ihr braucht nicht alles von Pandas. Aber ihr braucht jetzt hier tatsächlich ein paar Grundlagen. Und zwar, als allererstes müssen wir natürlich Plotly installieren. Und das machen wir wie immer im Terminal. Ihr könnt Conda benutzen, ihr könnt PIP benutzen. Ich benutze eigentlich ganz gerne PIP, beziehungsweise PIP 3.8, weil ich für Version 3.8 installieren möchte, weil ich immer noch auf Version 3.8 arbeite. Ihr könnt aber benutzen, welche Version ihr wollt. Und ja, ich habe halt ein paar Bibliotheken, zum Beispiel TensorFlow hatte noch Schwierigkeiten mit 3.9 und deswegen bin ich noch bei 3.8. Und deswegen machen wir hier PIP oder PIP 3.8 installplot. Ups, Plotly. Ja, so schreibt sich das ganze Ding. Einfach installieren und schon habt ihr es eigentlich zur Verfügung. Und jetzt wird hier tatsächlich mehr mitgeliefert, als ihr wahrscheinlich erstmal gewohnt seid. Es gibt, wie gesagt, dieses Dash, was wir gerade gesehen haben. Dazu kommen wir noch. Aber es gibt auch eben Plotly, das heißt Import Plotly.GraphObject. Das ist erstmal das, mit dem wir anfangen wollen. Und das wird normalerweise als Go importiert. G-O-GraphObject. Hat nichts mit der Sprache Go zu tun. Aber ja, ist eigentlich sehr, sehr intuitiv nutzbar. Sieht dann nämlich so aus. Und zwar Graph ist gleich Go.Figure. Großgeschrieben, sorry, Figure. Und hier kann man eigentlich schon direkt sagen, was hätte ich ganz gerne. Das heißt, ja, wie soll das ganze Ding eigentlich aussehen? Naja, sagen wir doch einfach mal, wir hätten ganz gerne als Data Go.Bar, also wir wollen ein Bar-Diagramm machen. Keine Sorge, ich gehe noch auf die einzelnen Elemente genauer ein. Wir wollen ein Bar-Diagramm machen. Und die Y-Werte der Balken, die sollen bitte folgende Werte sein. Und hier kommen dann eure Daten rein. Also sowas wie 42, ups, 42, 1337 und sagen wir noch irgendwie 800, keine Ahnung, 800, 7, I don't know. Genau, also sowas könntet ihr da wunderbar reinpacken. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Naja, Plotly funktioniert ein bisschen anders. Das zeigt es euch nicht direkt einfach als Bild. Könnt ihr auch machen. Aber vor allem könnt ihr damit sagen, wir wollen das, also wir können hier Show machen. Wir können aber auch zum Beispiel sagen, write HTML. Wir können das ganze Ding als HTML-Datei speichern. Müssen wir uns hier angeben, wie unsere HTML-Datei heißen soll. In unserem Fall könnte das sein, firstplot.html. Kein JavaScript oder sowas, soweit ich weiß, drin. Und wir machen hier mal ein, äh, Quatsch, auto-open. Auto, okay, schade. Auto-open ist gleich true. So, wenn wir das jetzt starten, dann öffnet sich sofort meine, mein, ja, mein Browser mit diesem Fenster hier. Und da sehen wir, okay, das hier ist offensichtlich die 42, das heißt 0,42. Und wir sehen hier an der Seite, es sind auch solche Bars. Wir können das Ganze direkt resizen. Wir können hier die, ähm, einzelnen Balken eben resizen, wie gesagt. Wir können aber auch hier einfach Sachen markieren, ja. Ihr seht das, ähm, jetzt ist es allerdings hier weg, jetzt muss ich wieder was neu machen. Ihr könnt hier drüber hovern und sehen, wie groß die jeweiligen Balken sind und so weiter und so fort. Und dann kann ich hier quasi reinzoomen und sehe dann quasi hier einmal, äh, was eigentlich passiert ist. Ich kann hier reinzoomen und sehe dann, ah, okay, dieser Teil der Balken ist offensichtlich hier. Und ich kann einfach doppelklicken, dann bin ich wieder draußen. Also ich habe hier quasi sozusagen eine interaktive Webseite, die, Achtung, nicht irgendwo gehostet ist. Das ist jetzt nicht für jeden im Internet erreichbar, sondern das ist nur für mich. Also ich habe hier wirklich nur das Ganze bei mir lokal als HTML-Datei. Das heißt aber auch, ich kann die HTML-Datei einfach weitergeben, ja. Und wir können auch die HTML-Datei, wenn wir wollen, noch manipulieren. Macht aber keinen Sinn. Es macht mehr Sinn, hier die Daten dann zu manipulieren. Also ihr seht, das ganze Ding ist sehr, sehr mächtig. Und wir können auch gerne mal die HTML hier aufmachen. Ähm, sieht dann so aus und ist echt eine große Datei. Äh, und übrigens, ich habe gelogen, es gibt doch JavaScript, das tut mir sehr leid. Ähm, aber ja, wir haben hier eigentlich die HTML-Datei, die wir hier verwenden können. Und, äh, naja, im Endeffekt auch alles darin lesen können. Aber es ist wie gesagt nur eine Datei, ihr könnt die weiterschicken und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das eigentlich eine sehr, sehr angenehme Sache. Ähm, alternativ würde ich euch ganz gerne noch eine Sache zeigen. Falls ihr jetzt keine HTML-Datei jedes Mal haben wollt, das wird wahrscheinlich bei uns jetzt meistens der Fall sein. Wir wollen nicht hier 100.000 HTMLs rumliegen haben, weil wir sie nicht weitergeben wollen. Wir können das Ganze auch lokal bei uns kurz hosten, sozusagen. Und das geht selbstverständlich auch, wenn ihr das Ganze einfach so weitergeben wollt. Ähm, das bedeutet, wir können hier hergehen und sagen graph, ups, graph.show. Das wäre die zweite Funktion, die ich euch zeigen möchte. Dann markiere ich das hier mal kurz als Kommentar. Und starte das und dann sehen wir bam, da ist es, ja. Also das ist genau dasselbe. Der Unterschied ist jetzt hier, das hier greift auf die HTML-Datei zu. Das hier ist lokal bei uns auf einem Localhost, auf Port 51.986 gehostet. Und ist quasi genau dasselbe, ja. Aber wenn ich jetzt hier das Ganze quasi, ähm, weitergeben möchte, brauche ich natürlich die HTML. Wenn ich sie aber nur kurz angucken möchte, dann reicht das völlig aus für mich. Und ja, sowas ist sehr, sehr praktisch. Und ja, das werden wir noch häufiger benutzen. Okay. In dem Sinne war es das von meiner Seite als kleine Einführung. Ich hoffe, das ist fein für euch, dass ich hier Plotly benutze. Vielleicht kennen das noch nicht ganz so viele Leute. Vielleicht kann ich dann auch den Leuten, die im Data Science Bereich schon tätig sind, bei mir zugucken, noch ein bisschen was Neues beibringen. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.